schön dass ihr wieder mit dabei seid bei minecraft wir haben jetzt noch ein zuckerrohr mit draußen angepflanzt das war jetzt nicht mehr und dann haben wir das gut wir wollten ja eigentlich den drill weiter machen also nicht den drill sondern die upgrades einmal wollen wir speed und da bauen wir einen kuchen das wird ja auch nicht so schwer sein also ein das hat man auch zusammen kriegen oder aber echt noch kein ei gefunden ich hoffe jetzt nicht dass es daran scheitert wieder so ein scheiß das kriegt krise an mich ist klar die kriegen wir durch kühe aber da ist sie gar nicht so gut aus und etwas schneller ja wir haben halt nur noch sieben level das heißt auch etwas ist heute mal unser level speichern weil da werden wir noch einige brauchen später mal konnig da gibt es das dragon von ex nilo rohrkrim aus den last und in das kriegen wir aus gehen das und das kann man aus question question was ein das ist ja gar nicht verkehrt immer schön langsam dann gucken dass wir ein entkommen ich weiß das ist ein großes ziel aber ist ja machbar wenn der bölln haben wir ein paar dank hinter das wenn er das kann man ja so mal zack mal in der bahn ja also kuchen wenn man backen das geht sie nicht aus da kann man das ganze ja weg tun ist dick damals und fortune 3 geil ist eine coole sache aber bringt es natürlich nichts jetzt weil wir es nicht kraften können was können wir noch für ein abgleich sein wir können das dreimal reihe machen werden das war ein diamant und das und das das ist ihm macht ein deutsches ist ganz easy cheesy aber drei war vier diamanten bekannter man hier jetzt noch jemand vier diamanten gehört mir dann war vier mal das und dann basic die sterne hatte ich doch gerade wo haben die drei jahren werke ist der firma das und basic basic war vier mal das und lasst mich überlegen ich möchte das überlegen immer das und man nicht keine ahnung genau black quarts über das bequats habe ich auch gemacht da also da mal noch zwei gut dass das das und rein heute schätzt man das schob an das drill block facing argument okay auch neu 3 3 3 3 moment ab müssen natürlich erst mal für mich gucken wenn ich schiff drücke weil ich einer und wenn ich das drücke bei euch die reihe gut sie mal ein bisschen gucken sie immer mit schiff abbauen dann wird ja dann nicht dabei abbauen ja das hätten wir mal was wir jetzt als nächster braut ist mal rüstung da hätten wir halt und drakonik evolution eine gute rüstung nur bei der haben wir das probleme dass da und nicht dass da klima hat wirklich nur vom wetter was auch ein problem ist okay dann die macht plan b wir werden ein stort system baut controller ist eigentlich die gar nicht so schlimm quatsch einmal eisend einmal quatsch aber teuer also von eisen her und von quatsch bei quatsch haben jetzt nicht so viel ein bisschen in meter aber damals ordnet man ein bisschen was zu viel möchte ich auch nicht machen dann brauchen wir silikon silikon ist es gibt ja zwei silikon in der euro silikon kommt von sand in quatsch oder sand in das selten will gut heißt sand in die segment die einfache war hatte was mit liter quatsch hat es ein bisschen länger aber dafür kommen wir aus in der zwischenzeit gehen wir mal gucken was die kiste nach hinten macht der arbeitet noch der ist noch am durchjagen immer hier mal eisen an ein noch so ok da hat nicht mehr gut dann so ein bisschen rauskriegen zwischendurch das haben wir damit mal hier silikon rausnehmen 9 ok da achten gut und diamantbräu noch ist da das heißt wir können mit dem controller anfangen hat das jetzt weggelegt oder was doch mal dummheit sieg weil sie wollen einmal den und einmal den gut einmal der controller danach brauchen wir natürlich eine speichereinheit das ist das ist läuft dafür brauchen ein soli dingspunkt gedöse das ist das hier dafür braucht was die kipp ist unbedingt oder ja es kann es tun redstone also redstone kabel stone holz und eisname 1 2 1 2 3 mal schon mal vorsägen hat zumindest was haben wir dann noch wie kann man jetzt die bestens dicke machen indem wir bleiben bei slander kreisball die frage ich mal reisball kommt ein ball eisball immer reis kriegen immer reißen wasser haben nicht so viel scheiß und dreimal reis kann man da reisen einem pflanzenbacken aber was anders natürlich eine gute frage kann man das irgendwie so ja doch in zitrat cool und mit kuh ja auch nicht mal reis auf armland platzieren ja ok dann machen wir so dann haben wir ja gelehrt oder ich gelernt dass wir mit den und dann hier drin das so und so und so und so kriegen wir das so und so und so waren das um unten ok so was man fährt er leiser aus der fertilizer ist nichts anders als die boden mail das ist das geile daran und so gemacht und jede menge reis machen das funktioniert eben auch hier bei sugarcane und so und schon mal genug damit wir bleiben bälle machen können dafür brauchen wir noch ein eimer weil wir wasser brauchen so das heißt du hier hier geht nicht oder was acht mal jetzt schon wieder nicht heißt dort wer brauchen wir echt heißt dort ja ok das heißt ich habe vergessen nicht wahr drei stück glaube ich oder genau kann 1 2 1 2 1 2 1 2 2 und du da rein zack hier da brauchen noch mal wasser noch kein paar mehr so dann du hier wo hier wo hier und hier was und dann du freundchen hier drei stück gut als controller euch zwei brauchen wir dann ja die mitmerksam aufstellen das wird man wahrscheinlich nichts gehen sei die frage wohin kann es einfach mal vorerst hier vorne hin klatschen so und dann ja so 123 und kriegen alle drei weil der hier strom hat neun er ist also ein rs ist gleich kf was um switchen ein aber es ist gleichgestellt dann kann man das wird das wird das weg das weg das bleibt man mal ein bisschen so denn wir brauchen ja wie gesagt und ist das ist der ja auch gedacht also ganz ehrlich wer sich den scheiß hier überlegt hat einfach nur ich sag's lieber nett es ist jetzt katastrophal ich mache jetzt von jedem mal 10 da ist hier du arbeitest und geschlafen das ist echt katastrophal die rezepte hier das ist nicht normal also ich kenne die krise bei der rezept ehrlich gut dann brauchen wir was brauchen auch wir brauchen hier diese punkte das ist silikon und da scheitert schon wirklich diese silikon geht kaum in einer gar nicht weil das silikon können wir nicht weiter verwandeln meistens mit dessen kann man auch genau auch zehn stück aber hier haben wir brauchen werden aber okay das dass das was brauchen wir noch eine kiste noch mal gleich mehrere kümmer 4 und dann kann man das hier so ein klatschen das heißt wir müssen das erst fertig kraft denn und zwar in ihr bau noch dazu was das was du hier und du da ist echt schwierig also ich weiß dass man von den scheiß so viel braucht da kriege ich immer die krise so und dann haben wir den bundet dann klima den haus normal genau da kann man ja sagen du du und was war noch ja ja silikon ein maschinen case ok dazu brauchen wir aber erst noch mal ist es komische eisen das heißt heißen und dings hammer das und dafür dann so ergibt das und das können wir wieder zu werfen da macht er schon die erste maschine hier so der ist fertig und der ist fertig weil unten fehlt geht nur noch also normale nähe geht aber dann nicht mehr ein bisschen außerdem was was ist du auf der seite wir auf die seite das kann weg das kann weg das werden wir noch brauchen das brauche ich nicht mehr das lassen wir hier noch dass du mich auch noch brauchen heißen muss ich noch mal nachfüllen haben wir hier noch ein bereisen hier gut das haben wir ja mal gesagt ich kann man sagen wir mal hier oben in klatschen ist doch egal vorerst mal dann brauchen wir natürlich noch nicht das ist natürlich das nächste thema disk 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 sind ja in verschiedene grüße an dirk wir brauchen natürlich alles ein kajas das ist silikon quart und glas und relativ glas hier glas brauchen wir natürlich webelten den rein damit wir dann kriegen oder glas an daraus genau gleich hier sagen da rein dann soll der gleich mal schmelzen wenn es not genau hat der mal gleich arbeit gehen wir mal gucken hier raus in aller ruhe seele das hier aussieht mit eisen schon gut aus die man mit bei die zu tun und ende warum ist hier komparen lausch möchte nach rechts okay nix also es scheitert gerade momentan an die da geht ja kein mensch gut weiter klicken neuen mensch das kann man noch was haben für mensch doch kann man noch ein hätte man noch das noch mal darauf achten ja hier mein mensch hat gut dann hat er zu tun haben wir ja auch schon da klar und rechts dann haben wir auch und dieses quats links haben auch das heißt wir können hier eigentlich ohne ende das machen was fehlt was dafür noch glas ist natürlich produktion dauert natürlich ein bisschen aber es geht es läuft also wir haben jetzt 1k 4k also wir können das 4k braucht er eigentlich nicht so viel mehr das heißt wir können eigentlich alles 4k machen bei 16k braucht dann schon die war mir auch egal auf alle werden müssen wir jetzt erstmal und dass wir wie möglich 1k mal machen 6 stück werden 2k 4k es werden 8.000 items kann man das speichern also die final store ist ja ein bisschen anders so dann würde ich sagen was das für die folge wir machen in der nächsten folge weiter bleibt dran bleibt gespannt das bleibt daumen nach oben abo und vielleicht ein paar wünsche oder so mal egal also viel spaß tschüss